Du hast Angst vor Dehnungsstreifen und Rissen in der Haut, bist selbst betroffen oder hast es bei jemandem gesehen und fragst dich, warum sie überhaupt entstehen und was man dagegen tun kann, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Alice Martin, Ärztin von Dermanostik, der Online-Hautarztpraxis. Übrigens haben wir hier über 50.000 Patienten schon digital behandelt. Dehnungsstreifen sind auch manchmal Diagnosen, weswegen Patientinnen zu uns kommen. Hier siehst du ein Hautmodell. Stell dir einfach vor, man hat durch die Haut hindurchgeschnitten. Und oben ist die Oberfläche und hier wäre die tief. Also eigentlich wäre es so. Im oberen Bereich haben wir die sogenannte Epidermis, die Oberhaut. Der Riss findet meistens nicht hier, sondern eine Etage tiefer statt. Hier haben wir nämlich sogenannte Kollagen und elastische Fasern. Und diese, wie bei einem Haargummi das ausleiert, reißen und gehen auseinander. Plötzlich schimmern die Blutgefäße durch und an der Oberfläche erkennt man dann so einen schimmernden Riss. Was bedeutet das jetzt genau für dich? Es gibt Stellen, wo das häufiger auftritt und Stellen, wo das seltener auftritt. Am häufigsten betroffen sind die Stellen, die stark wachsen, gerade wenn man viel Sport macht, ins Fitnessstudio geht oder aber auch zunimmt. Und das bedeutet hier im Bereich der Oberarme, aber auch im Bereich des Bauches und der Oberschenkel, das sind Stellen, die schnell und viel wachsen. Die Haut kommt nicht richtig nach und deswegen reißt sie. Dehnungsstreifen kennst du vielleicht auch als Begriff Schwangerschaftsstreifen. Es ist aber das Gleiche, was auch auftreten kann, wenn du viel Sport machst, wenn du stark trainierst und plötzlich die Muskeln wachsen, die Haut aber nicht hinterherkommt und entsprechend reißt. Die drei häufigsten Ursachen zähle ich dir jetzt auf. Die spannende Frage lautet, warum kriegt die eine Person Dehnungsstreifen und die andere nicht, obwohl sie gleich viel wachsen? Die Antwort lautet, es ist einmal das individuelle eigene Verhalten, das bedeutet Prävention und zweitens die Genetik. Wie ist die Haut angeordnet, wie viel schafft sie auszuhalten? An der einen Sache, der Genetik, können wir nicht so viel ändern, aber bei der Prävention schon. Und ich zeige dir jetzt genau, wie du deine Haut optimal vorbereitest, falls du viel Wachstum hast, damit sie eben nicht reißt. Die optimale Vorbereitung findet statt, indem du die Haut gut eincremst, aber insbesondere massierst. Du willst nämlich in der Tiefe die Kollagenfasern ein bisschen aufweichen und lockern, damit sie nicht plötzlich auseinanderreißen. Das bedeutet, du führst folgendes durch. Mach doch direkt mal mit. Nimm einfach deinen Daumen und Zeigefinger, geh an die Stelle, wo du vielleicht Wachstum vermutest, am Bauch oder im Bereich der Oberarme und zieh jetzt einfach die Hautpartie langsam nach oben, bis sie entgleitet. Und das ist die Zupfmassage. Das machst du natürlich an der ganzen Partie, dauert es um die fünf Minuten. Das, was passiert ist, dass die Kollagenfasern sich neu sortieren und ein Riss im Verlauf unwahrscheinlicher wird. Und jetzt kommt der zweite aktive Part. Teile es einfach deinen Freunden mit. Die meisten wissen nichts davon und vielleicht freuen sie sich, wenn sie im Verlauf keine Dehnungsstreifen bekommen. Falls übrigens deine Freundin oder dein Freund auch noch sonst was an der Haut hat, haben wir auch eine Hautarztpraxis online. Hier erreichst du uns 24-7 mit unseren Hautärztinnen. Zu guter Letzt diese Zupfmassage nicht einmalig, sondern mehrmals wöchentlich durchführen für ein paar Monate. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Wir sehen uns beim nächsten Video.